Herzlich willkommen zum heutigen Interview mit dem Sandro Cercamondi. Es ist schon die vierte Folge, wenn ich es richtig im Kopf habe, wo wir den Sandro begleitet auf seinem Weg in die Selbstständigkeit. Heute haben wir noch einen Special Guest, den Chris Baylor. Kommen wir dann später auf ihn. Zuerst wollen wir ganz kurz ein Update machen, was im letzten Monat passiert ist. Und nachher wollen wir nämlich die Webseite vom Sandro Cercamondi.ch ein bisschen genauer analysieren mit dem Experten Chris Baylor. Also, Sandro, was ist im letzten Monat passiert? Ja, hallo miteinander. Letzten Monat ist viel passiert. Gut zu schlecht. Mit was willst du anfangen? Ja, komm, starten wir jetzt erst mit dem Schlechten, damit wir nachher das Gute anschauen können. Also ich glaube, letztes Mal sind wir stehen geblieben bei den Kunden angewiesen. Das ist eigentlich immer noch Thema Nummer eins bei mir. Das hat sicherlich auch in der letzten Woche am meisten Zeit beansprucht. Ich bin dort viel aktiver geworden, aber noch erfolgslos. Also zumindest im grossen Stil erfolgslos. Ich konnte kleine Sachen gewinnen, aber grössere Sachen haben bis jetzt noch nicht geklappt. Ja, wir haben auch über die Methode der Kunden angewiesen geredet. Würdest du da gleich das vertiefen? Ja, zuerst, also ich glaube, es ist ein mega wichtiger Punkt, oder? Du bist jetzt irgendwie, dass du in der Kundenanquise einfach irgendwie noch nie weiterkommst. Und vielleicht kann Chris noch ein, zwei Wörter dazu sagen. Ich glaube, das ist häufig normal, wenn wir starten, dass vielleicht einem Kunden nicht gerade entgegenfliegen, weil man hunderte von Kunden hat. Und dann ist es einfach mega wichtig, Draht zu bleiben, durchhalten, analysieren, woran liegt, reflektieren, was habe ich falsch gemacht, was kann ich besser machen, optimieren und dann einfach durchhalten. Vielleicht muss man das Angebot ein bisschen anpassen, aber an diesem Punkt sind, glaube ich, die Allermeisten irgendwann, dass es einfach nicht weitergeht und es sind keine Kunden gewinnen. Also da unbedingt einfach die Z-Store weiter dranbleiben und irgendwann hast du einen ersten Kunden, dann wird ein zweiter Kunden und ein dritter Kunden. Dann schon, man muss einfach dranbleiben. Oder was ist deine Erfahrung, Chris? Sorry, ich war noch gar nicht mental bei euch gewesen. Entschuldigung, wegen der Kundenanquise hast du gefragt. Ja, was ist deine Erfahrung, wenn man jetzt neu startet? Hat man da sofort gerade alle Kunden? Oder ist das halt manchmal ein langwieriger Prozess? Ich sage es mal so, ich kann jetzt aus meiner Erfahrung sprechen und vielleicht aus der Erfahrung von anderen. In der Dienstleistung ist der erste Kontakt immer gut, wenn der aus dem Netzwerk rauskommt. Also bei mir ist das so gewesen, ich habe aus einem engeren und etwas erweiterten Netzwerk viele Kunden gewinnen können, auch viele Empfehlungen bekommen. Und das hat mir extrem geholfen, dazumal, wenn ich es jetzt bei anderen Kunden sehe, gerade so bei Produktdienstleistungen, Produkt- und weniger Dienstleistungen, so Startups, dann ist es ultra schwierig, weil nicht jeder kann das Produkt brauchen, das du eigentlich entwickelst. Definitiv. Also das heisst, Sandro, dranbleiben, weiterhin Gas geben. Und wie du sagst, wir haben hier die Umfrage gemacht, ich habe ja eine Umfrage gemacht auf meinem LinkedIn-Profil, wo ich gefragt habe, was das denn die Leute meinen, wie das wir im 2022 Kunden angekommen, unser Betrieb, es hat Auswahl gegeben per E-Mail, per Telefon und etwas anderes, also es ist jetzt um das Thema gegangen, dein Modul verkaufen oder Beratungsdienstleistung im Allgemeinen und 15% haben gesagt per E-Mail, 45% haben gemeint per Telefon und 40% haben gemeint etwas anderes. Das sind so Sachen genannt worden wie Growth Hacking, ein Mix von allem, Social Selling, Networking, Events oder einfach auch gerade Kaltakquise per Besuch. Also ich glaube, man merkt, Telefon ist auch im 2022 noch extrem wichtig und ein Mix aus Telefon und E-Mail ist wahrscheinlich das Richtige. Oder wie hast du jetzt gemacht, Sandro? Ja, spannend, um das zu hören. Ich habe jetzt eigentlich in den letzten Wochen einen Mix gemacht. Wie es immer unterschiedlich ist, je nach Person, je nach Branche, habe ich das angepasst oder je nach Uhrzeit, wo ich die Quise gerade mache. Schlussendlich glaube ich, ich muss mir auch einfach überlegen, was sind meine Stärken, bin ich besser im Schreiben oder bin ich besser im Reden und vielleicht auch den Approach dementsprechend anpassen. Es muss sicher zu dir passen, aber ich glaube am Schluss, ja, wahrscheinlich ist es immer ein Mix. Wenn man schon mal eine E-Mail geschrieben hat, hat man einen guten Einstieg im Telefon, um einfach nachzufragen, hey, hast du die E-Mail schon gesehen? Und sonst weiss man auch gar nicht, wie zu starten. Also wenn ich da schnell selbst einhängen, jetzt aus reiner Marketingperspektive und das, was die Zahlen eigentlich belegt ist, sobald du halt kosmedial über verschiedene Channels die Leute erreichst, ist die Aufmerksamkeit viel höher. Und das Wichtigste, was du jetzt am Anfang wirst müssen haben, ist Aufmerksamkeit generieren und gesehen werden. Und dann natürlich im zweiten Schritt das Bedürfnis weg. Also je häufiger das du gesehen wirst, umso eher wirst du wahrgenommen. Genau darum haben wir den Chris dabei heute, nämlich den Experten schlechthin. Bevor man dich genauer vorstellt, ich glaube die meisten kennen dich sowieso, du bist nämlich so omnipräsent, zumindest in meinem Feed überall. Sandro, wir haben vorhin gesagt, du hast gute und schlechte Sachen gehabt, die schlechten haben wir jetzt besprochen. Was sind die guten Sachen gewesen? Ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung auf YouTube. Ich weiss nicht, ob du es schon gesehen hast, ich habe noch einen Graph in einen Ordner gepackt, wie sich quasi meine Abonnentenzahlen entwickelt haben. Das ist wirklich sehr gut gelaufen. Also ich bin jetzt bei 75 und ja, das Wachstum ist sehr steil für das, dass ich quasi jedes Mittwoch ein Video verlade. Genau, und da hat er ein, zwei Videos sind schon relativ viral gegangen. Also ich bin jetzt bei einem Video bei fast 1500 Views, beim anderen über 1000. Und ja, das ist für meine kleine Abonnentenzahl eigentlich schon mega gut und ich bin da sehr zufrieden. Jetzt ist eben die Frage, der Chris, wenn wir den Chris wieder dreinnehmen, du hast vorhin gesagt, du musst cross-medial präsent sein, natürlich wahrscheinlich Content produzieren und den Leuten zu zeigen. Jetzt haben wir ja bei dir, Sandro, eine kleine Speziell-Situation, dass du vor allem präsent bist im Personal Finance Bereich. Das ist so dein Herzensprojekt, aber deine Dienstleistung eigentlich eine andere ist. Macht es das schwieriger, Chris? Oder wie siehst du da so die Kombination von diesen zwei Sachen? Wir werden es nachher gerade sehen, wenn wir die Webseite vom Sandro auch ein bisschen genau anschauen. Das ist sicher eine der grössten Herausforderungen, dass du zwei unterschiedliche Zielgruppen eigentlich ansprichst. Und da glaube ich, ist es jetzt am Anfang mega wichtig, dass du dich auf die konzentrierst, wo die am meisten etwas bringen, in Form, wo die am meisten Spass machen. Aber das gibt eine spannende Diskussion. Ja, ich weiss, es gibt immer so eine Diskussion, die einen bringen wahrscheinlich mehr Umsatz und sind im Fall von der einen Seite spannend, aber eigentlich willst du vielleicht gleich das andere machen, aber das bringt nicht so viel Umsatz, das braucht länger. Das ist so, wenn man gerade allein ist, ich weiss, wie es ist. Definitiv. Gibt es noch weitere Sachen, die sich cool entwickelt haben? Oder war es vor allem bei YouTube die Entwicklung super? Ich bin weit weg von tausend Views pro Video, wobei meine Videos manchmal vielleicht auch nicht unbedingt YouTube optimiert sind. Ja, also ich habe mit einzelnen Leuten die kostenlose Beratung, die ich anbiete, durchgeführt. Und das war wirklich sehr positiv. Ich habe dort super gute Rückmeldungen bekommen. und habe eigentlich auch jedes Mal eine Google-Rezension bekommen. Das ist so ein bisschen der Deal, den ich versuchen mache. Also halbe Stunde bis eine Stunde kostenlos beraten. Da kann man sich auch ein bisschen kennenlernen in dieser Zeit noch gleichzeitig. Und dann, wenn die Leute zufrieden sind, oder wenn sie finden, die Zeit hat sich jetzt gelohnt, mit dem Sandro verbringen, dann frage ich, wäre es so lieb und würdest du bitte eine Google-Rezension für mich machen? Das hat sich wirklich sehr bewährt. Ich bin da sehr positiv überrascht, wie offen auch Leute sind, zu sagen, ja, hey, ich bin dir dankbar, klar, mach ich doch, schick mir einen Link. Das funktioniert super und kann ich sehr empfehlen. Das sollte ich vielleicht auch anbieten. Okay. Ja, aber der Schritt von dieser kostenlosen Beratung quasi zum wirklich dem Verkauf von entweder deiner Zeit oder, also Bodyleasing, als ihr letztes Mal genannt, oder dann vom Modul, der hat noch nicht funktioniert. Nein. Die meisten Leute, die ich jetzt bisher das auch gemacht habe, die haben auch von Anfang an schon gesagt, ich habe zum Beispiel keine Möglichkeiten, zu investieren, aber wenn du mir das trotzdem anbietest, dann sehr gerne. Und ich bin da, sehr offen und sage, ja, klar, mach ich doch, weil man sieht sich immer zweimal im Leben und vielleicht, wenn es dann das Budget zulässt, gibt es dann etwas Größeres. Man kennt sich schon, man hat Vertrauen aufbaut. Ja, Social Selling, quasi aus diesen Gründen macht es mega Sinn und wenn ich jemandem mir helfen kann, dann mache ich das sowieso auch gerne. Perfekt. Super. Wir haben ja am Anfang, ich weiss gar nicht, ob ich es wirklich gesagt habe, aber das Thema von heute ist Analyse von deiner Webseite und dafür haben wir eben den Experten Chris Baylor eingeladen. Chris, stell dich doch mal vor, warum bist du Experte, was machst du, warum kannst du da deine Webseite analysieren? Ja, ich bin der Chris Baylor von Beyonder, ihr kennt mich vielleicht vom Marketing Booster Podcast von Beyonder, wo ich schon bei Nico war, der Nico bei mir und ich bin gefragt worden von dir, ob ich eben die Experte sei für Websites. Ich sage es mal so, ich glaube, ich habe schon an die 300 Websites gebaut. Ich bin ehemaliger Entwickler, habe einen Background in der Agenturwelt, wo ich sehr lange war und ich denke, dass ich das eine oder andere weiss, mache jetzt heute mehr Marketing und sage mal, bin ich so ein Zusammenhangsspezialist, wo man eben Marketing verbindet mit UX, wo man die verschiedenen Disziplinen im Marketing anschaut und auch ein bisschen technischen Deep Dive machen. Und ich glaube, wegen dem kann ich da sicher einen guten Blick auf dem Sandro seine Website werfen. Okay, also heute bist du tendenziell sehr breit unterwegs, selber schaust du das Marketing als Ganzes an, aber früher bist du gerade in der Webseite sehr spezialisiert. Genau, also es hat immer bei mir immer mit digitalen Projekten oder immer irgendwo mit digitalem Marketing zu tun gehabt. Es hat wirklich angefangen, Website-Umsetzungen mache ich schon seit dem Teenager bin, erst in CMS, die ich dann ausprobiert und entwickelt habe, in der Agenturwelt professionell mit Marketing, mit SEO, da wirklich auch noch mehr geodert, noch mehr SEO-Tiefe drin und heute ist es wirklich so, dass wir sagen, guck, einer der wichtigsten Aspekte im Marketing ist Content und zwar Content, der auf allen Kanälen funktioniert und gegenseitig sich befruchtet, sage ich gerne und wir das so aufbauen, dass es beim Kunden ankommt und ihn überzeugt. Und ein wichtiger Aspekt ist dort immer der technische Teil, der geht zwar nach aussen immer ein bisschen unter, aber wir versuchen heutzutage auf sehr, sehr viel No-Code-Applikationen zu setzen, sodass man eigentlich nicht einmal muss heute noch programmieren können, aber so ein bisschen ein technisch abstraktes Know-how braucht, um sich im digitalen Universum zurechtzufinden. Perfekt, das klingt doch spannend. Das Ganze ist ja ein Podcast, gleichzeitig ist es aber auch als Video. Ich bin jetzt gespannt, wie wir das herbringen. Im Video wird man natürlich die Webseite sehen und Analysen so noch mitverfolgen und für alle, die nur zuhören, versuchen wir es so aufzubereiten, dass es auch als Audio funktioniert. Ob wir das herbringen, kann ich noch nicht mehr überlegen. Ich habe ein bisschen leid da dazu. Ihr macht einfach die Augen zu, während ich rede und wenn ihr es verständigt, ist gut, dann müsst ihr mir sagen, wo ich noch mal ein bisschen tiefer muss drauf eingehen. Okay, ich probiere es, sodass ich ganz fest denke, was du redest. Gut, also, aber wenn ihr jetzt Auto fahrt und so beim Podcast hören, nicht die Augen zu machen und solche Vorstellungen Also, eigentlich habe ich euch zwei gemeint, nicht die, die zuhören. Ich weiss, aber das weiss man ja nicht. Du weisst, wie das ankommt. Ja, das stimmt. Also, beim Autofahren bitte nicht die Augen schliessen, gell? Okay. Also gut, let's start. Also, dann schält wir das Screen und wir fangen eigentlich, ich sage mal, nicht auf der Website an, sondern eigentlich einen Schritt vorher. Also, ihr solltet jetzt eigentlich, wenn es mir recht ist, alles sehen. Ich tue euch da gerade noch schnell auf die Seite. So, seht ihr jetzt Google-Suche, gell? Ich bin jetzt da mal hergegangen, jetzt musst du noch Cerca Money zusammenschreiben. Ja, jetzt, ich habe es extra mal separat geschrieben. Weil, und das ist Punkt Nummer eins, es gibt nämlich verschiedene Arten, wie die Leute dich werden schreiben. Sie werden Cerca Money zusammen und sie werden Cerca Money getrennt schreiben. Und wenn man nämlich Cerca Money getrennt schreibt, dann hast du nämlich Ria Money Transfer, wo die schon mal quasi in die Quere kommt. Und das ist nämlich der erste Punkt, den ich dann will zeigen. Und der zweite Punkt ist, wenn man jetzt nach Cerca Money zusammenschreibt, dann hast du natürlich dein Brand, oder die beste Brand Experience in der Suche, weil dein Name alles andere quasi auf die Seite schiebt. Aber, was wir jetzt hier sehen, das Erste, was wir sehen, Cerca Money, Unternehmensberatung, Cerca Money, Startseite ist der Titel, das ist das, was die Leute in der Suchmaschine unter der blauen Link verstehen, dort sehen, Unternehmensberatung impliziert ja, und da sind wir schon beim ersten Punkt, wo es darum geht, wer ist deine Zielgruppe, du machst ja nichts für Privatpersonen. Und das ist ja falsch. Ja, so halb, so 50-50, also es ist sowohl als auch, es empfiehlt sich erstens immer, ich sage mal, den treffenden Slogan da drin zu haben, und vor allem, es steht es hinter Startseiten, nach Startseiten sucht ehrlich gesagt niemand. Ja, fairer Punkt, ja. Das würde ich an erster Stelle gerade mal wegmachen, und dann mir überlegen, ob man vielleicht Unternehmensprivatberatung und Finanzberatung, oder private Finanzberatung reinnehmen, und Cercamani, äh, Cercat, Entschuldigung, Cercamani gehört auf der Startseite, wenn du auf der Startseite am Anfang vom Titel und auf der Unterseite hinzuhören, weil deine Startseite ist das, wo dein Brand, oder die Suchbegriffe zu deinem Brand am besten performt. Mhm. Vielleicht ist das schnell wichtig, zum sagen, also ich biete gar keine Finanzberatung an Privatpersonen oder Firmen an, momentan. Ja, aber das ist ja gerade der Punkt, wo deine TikToks anschauen, dann bekomme ich aber schon das Gefühl, wenn ich jetzt, also ich will jetzt investieren, Sandro, dann hätte ich mich als erstes an dich gewendet. Das finde ich schon mal sehr sympathisch. Aber das implizierst du mit deinen TikToks? Ja, mein Ziel mit Social Media ist eigentlich, finanzielle Bildung können allen Menschen auf dieser Welt zur Verfügung stellen, weil ich mir selber auch vor fünf Jahren gewünscht hätte, dass es jemanden gibt, der mir so zeigt, wie ich es jetzt mache, wie kann ich investieren, was bedeutet die Fachbegriffe etc. Und das Ganze kostenlos. Ich glaube, die Finanzberatung an sich ist ja ein regulierter Markt. Ich weiss gar nicht, ob das offiziell dürft ihr anbieten, einfach so, ohne dass du dich da akkreditieren lässt. Ja, das stimmt. Wenn du das professionell machen möchtest, dann musst du das machen. Da ist jetzt eben der Punkt, oder? Du hast eine Diskrepanz zwischen deinen Social Media-Zielen und zwischen deinen Unternehmens-Zielen wahrscheinlich. Das heisst, es beisst sich und, also es beisst sich nicht, es könnte sich auch ergänzen, aber es wird eben genau jetzt eben schwierig sein, die Leute richtig zu leiten, weil natürlich kann eine Privatperson unter Umständen auch Unternehmensberatung machen, aber dein Bildungsaspekt zielt ja vor allem auf junge Menschen ab, oder? Bei Social Media, ja. Genau, genau, ja. Und das ist jetzt so, oder ich bin jetzt, ich bin extra nicht zu tief drin, um zu schauen, wie du was machst, sondern ich habe mich jetzt mal angestellt als jemand, der dich über digital kennt und jetzt vielleicht zu einer älteren Zielgruppe auf deinen Plattformen erzählt und habe mir jetzt gesagt, gut, ich versuche dich mal von einer Aussenwahrnehmung darzustellen und ich habe die Suche gestartet und gesehen als allererstes Unternehmensberatung, also gedacht, hm, gar nicht gewusst, dass der Sandro das macht. Mhm. Weil du natürlich leider auch die Podcasts nicht gelassen hast in der Vergangenheit. Ich habe nur den ersten gelassen, aber das ist schon länger her. Ah ja, vergessen. Aber es kann sich immer noch ändern. Aber wieder zurück zum Thema, was man sonst noch sieht, du versuchst einheitlich da bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram, bei YouTube irgendwie noch dein Slogan oder dein Thema mit reinzubringen, dass du eine einheitliche, klare Form hast. Jetzt steht der Sandro, äh, Jackamondi, Jack, äh, Jackamani, ähm, Twitter, das ist gut, Jackamani, Home, Facebook, da kann man vielleicht noch etwas ergänzen. Bei Instagram, ETF und Krypto ist schon so, uh, ist wieder ein bisschen weit weg, um was geht das eigentlich, oder? Ähm, hat natürlich auch etwas mit den Zielen, die du auf den sozialen Netzwerken verfolgst zu tun. Da muss man schauen, dass man da einen Konsens findet mit dem Ganzen. Also würdest du jetzt, ähm, ich kann jetzt sagen, meine Frage als nochmal mehr leihen. Erstens, würdest du das trennen und sagen, Jackamani ist irgendwie vielleicht ein Social Media und für Unternehmensberatung würdest du gerade einen anderen Namen geben, dass man sich ein bisschen klarer trennt, auf der einen Seite. Und zweitens, wie passe ich das an, wie passe ich die Begriffe an, die in der Google-Suche erscheinen? Also, ähm, erste Frage, würdest du es voneinander trennen, schwierig zu beantworten. Wenn es zwei unterschiedliche Zielgruppen sind, dann macht das Sinn. Dadurch, dass es andere Beileige ist und gerade am starten ist, kann es sich eine Multimarker-Strategie quasi nicht leisten. Ähm, ich würde jetzt hier einen konsolidieren und mir überlegen, ob die Inhalte, die du machst, nicht mehr fokussierst auf die Unternehmensberatung. Weil du ziehst wahrscheinlich auch mit deinen Video-View aus die falschen Leute an. Und, ähm, das ist zwar gut, manchmal braucht es das, das heißt, zwischen ihnen braucht es mal so ein Video, wo viral geht, wo eine grosse Reichtweite hat, aber am Ende vom Tag ist es wichtig, dass dein Content eben so funktioniert, dass er deine Leute auch anspricht. Und deswegen, wir machen ja, ich sage mal, die 360-Grad-Ansicht von Content. Was bringt dir das, wenn dein Social Media-Content Reichtweite generiert, aber deine Website eigentlich eine ganz andere Zielgruppe abdeckt? Mhm. Ich habe mir am Anfang da wirklich auch viele Überlegungen gemacht, ich habe sogar noch schon einen zweiten Namen, zweite Domäne etc. reserviert, um das, falls ich das eines Tages trennen kann, kann machen. Ähm, also das hat, die Überlegungen haben stattgefunden, aber ich habe dann, wie der Webseite etc. vor allem, dass das sauber getrennt ist. Ähm, ja, wie soll ich sagen, momentan ist LinkedIn und die Webseite eigentlich der Bereich Unternehmensberatung und YouTube, Instagram und TikTok sowie auch Twitter sind für Personal Finance gedacht. gut, das ist schon mein Tipp, nimm das mal mit, überlege dir, ob Personal Finance, ob das nicht, also ich persönlich würde dir empfehlen, tu das ein bisschen hinten nachstellen und überlege dir, wie du auf Instagram, wo sowohl auch gut dabei funktionieren kann, ähm, oder auch Facebook oder auch TikTok, dich auf Business, ähm, kannst fokussieren. Klar, die Reichtweite wird sinken, YouTube bin wahrscheinlich ebenfalls, aber, ähm, wenn du das Unternehmensberatung aber gut aufbauen, glaube ich, wird es genau gleich eine gute Community geben. Mhm. Ja, ich tue mich ein bisschen schwer mit, ähm, mit der Idee, jetzt einfach quasi von der Thematik her komplett zu switchen. Alle Menschen, die mich bisher abonniert haben auf diesen Kanälen, sind ja gekommen wegen Personal Finance. Wenn ich jemanden aus dem Grund abonniere und du gibst ihm nachher auf einmal anderen Content, wirklich komplett irgendwo von einer anderen Ecke, dann finde ich das sehr schwierig. Ist schwierig, aber ich sage dir, je länger du wartest, umso schwieriger wird es. Ja, dann würde ich aber vorher der Unternehmensberatung einen anderen Namen geben und quasi mit neuen Kanälen dort den Content bespielen, weil jede Plattform hat mich jetzt auch schon kategorisiert, oder, was ich für Inhalte bringe und jetzt dort einfach switchen, ist extrem heikel. Ja, du hast schon recht, umso länger ich warte, umso schwieriger wird es, aber bin ich jetzt noch nicht so überzogen. Ja, schau, ich bin nicht da, um dich bekehren oder um dich überzüge, ich sage einfach nur, jetzt ist der richtige Moment, jetzt kannst du noch ändern, du musst ja auch wegen der Kategorisierung, wegen dem Ausspielen weniger Sorgen machen. Je länger, dass du wartest, umso schwieriger wird es. Ich verstehe deine Bedenken, dass du sagst, du würdest lieber einen anderen Namen geben, ich würde dir aber rein aus aufwandtechnischen und kostentechnischen Gründen davon abraten, dass du eine Multimarkestrategie wirst fahren. Aber hey. Aber das ist die Schwierigkeit, wo wir einfach die Hände im Ganzen haben, dass du irgendwie auf der einen Seite die beiden Bereiche hast, die relativ weit separiert sind, oder? Ich sage dir mal so, grundsätzlich dich fokussieren auf einen Teil und deine Nischen finden, ist brutal wichtig. Das wird dir helfen, dich zu fokussieren, das Richtige zu machen und auch die richtigen Umsätze zu erwirtschaften. Und da ist einfach die Frage, was machst du lieber? Machst du lieber Unternehmensberatung oder willst du lieber die Leute teachen und quasi über Finanzen aufklären? Ich würde sagen, was ich lieber mache, ist momentan die Leute über Finanzen aufklären. Ich habe ja schon von Anfang an gesagt, das ist quasi ein Herzprojekt und das mache ich wirklich aus voller Leidenschaft. Unternehmensberatung finde ich trotzdem extrem cool. Also mit anderen Unternehmern zusammenarbeiten, Firmenaufbau weiterentwickeln, das ist genauso cool. Aber das hängt dann auch immer von jemand anderem ab. Das ist momentan ein bisschen der Vorteil bei Personal Finance. Dort bin ich quasi der einzige Driver. Ich muss die Videos und Inhalte produzieren und bei der Unternehmensberatung bin ich momentan quasi abhängig von Kunden, die sagen, ja, ich vertraue an die Scherkamani. Ich will mit dem Sander zusammenarbeiten. Okay. Das Vertrauen könntest wahrscheinlich eben mit Inhalt, wie Chris gesagt hat, aufbauen und wenn natürlich da die Inhalte immer in die andere Richtung gehen, geht es natürlich noch viel, viel länger, bis die Leute vertrauen. Gut, nehme ich an. Aber okay, der erste Teil meiner Frage ist, glaube ich, abgeschlossen. Der zweite Teil war ja, wie kann ich denn da ändern, was ausgespielt wird. Also wo kann ich jetzt zum Beispiel einstellen, dass, wenn ich nach Scherkamani suche, nicht der Unternehmensberatung Scherkamani-Startseite steht, sondern die Reihenfolge anpasst ist. Genau. Also das ist im CMS, also immer das, was man da sendt, das ist ein sogenannter Search Engine Resell Page Snippet und derwege steuert von der jeweiligen Domain, wo das abgerufen wird. Und im Fall von seiner Website, ich nehme an, du hast WordPress, Sandro, kannst du in WordPress reingehen und das ist nach Konfigurationen immer ein bisschen unterschiedlich. Vielleicht hat der eine oder andere das Plugin von Yoast, wo ein SEO anpassen kann. Das ist eigentlich von den meistverbreitetsten Plugins, wo es draussen gibt. Also Rank Math kenne ich jetzt nicht, spielt keine Rolle, aber da kannst du irgendwo den Titel angeben und den anpassen. Jetzt ist es so, dass es dauert aber einen Moment, bis der Titel wirklich anpasst ist, weil Google geht in diese Dinge, dann ist wieder crawl und dann anpassen. Und die Description, das ist der graue Teil unten drunter, lässt sich ebenfalls anpassen. Die sieht jetzt gut aus, da steht, Jackamani bietet Unternehmensberatung in modularer und digitaler Form an, als Business Partner transformieren wir ihr Unternehmen weiter. Da könntest du vielleicht noch ein bisschen mehr Text machen, wenn du willst, nimm zu viele zwei, drei Wörter. Das ist nicht schlecht. Ich empfehle noch, du Google Adwords schalten auf dein Brand. Zwei Gründe, wir haben ja vorne Jackamani auseinandergeschrieben. Man kann auf das schalten und du kommst sicher wieder zu oben und nimmst den anderen den Platz weg. Und kannst dann auch quasi deinen Google Maps Eintrag ein bisschen pushen. Und auf der anderen Seite, wenn du da jetzt noch einen Google Ads Eintrag auf deinen Namen hättest, oben würde es nochmal einmal mehr Platz geben für dich und deine Website, nicht unbedingt Facebook, Twitter und Co. Das heisst, du hast mehr Brandsichtbarkeit und das Schöne ist, das kostet nur einen Rappen, wenn da jemand draufklickt. Warum kostet das nur einen Rappen? Ja, weil natürlich keine Konkurrenz ist. Es ist das Bietenverfahren und je mehr Konkurrenz, das es gibt, umso mehr teurer wird das. Und wenn du halt einen Begriff hast und das ist bei Jackamani als, ja, ich sage mal Jackamani, Eigenname und der neue Kombination wird nicht einfach jemand drauf bieten. Wenn natürlich jetzt irgendjemand bekommt, wie du, und es ist ja easy, ich biete jetzt mal auf das, dann kann das sein, dass der Preis teurer wird. Okay. Also das würde ich noch, wieso, also jetzt habe ich gerade die Frage, wieso wirst du jetzt zum Beispiel keine Google Werbung schalten für Unternehmensberatung? Würde ich schon auch, aber ich meine, wir sind jetzt bei dem Begriff, weil Unternehmensberatung, denn Google Werbung schalten wird, das wäre ein bisschen teurer. Oder du musst, du musst unterscheiden, deine Social Media Aktivitäten, die du machst, die machst du, um Leute zu erreichen, die dich noch nicht kennen. Und, aber Leute, die das Bedürfnis haben, die schon am Suchen sind, da hast du eine grosse Konkurrenz. Und wenn du nach Unternehmensberatung suchst, und wir können das mal machen, dann haben wir, sehen wir gerade, wir haben Impulse, wir haben B&P, wir haben Coaching, Mental Power. Was sollte man als Unternehmensberater können? Wie kann man Unternehmensberater werden? Wie viel verdient man als Unternehmensberater? Ist noch lustig, dass wenn man das googelt, vor allem die andere Sicht kommt, nämlich die von den Leuten, die es werden wollen. Und dann kommen so Sachen wie Wikipedia oder FUW, da kommen so die richtig grossen. Und dann wird es recht schwierig. Wenn du so eine Werbung schaltest, es schaltet gar keine Werbung, das könnte nur günstig sein, wäre ein Versuch wert. Die Frage ist einfach nur, wenn du jetzt da schaust, was da ähnliche Fragen kommen und was jetzt da eigentlich gesucht wird von den meisten Leuten, dann sieht es so aus, dass vor allem Leute nach Unternehmensberatung suchen, die den Beruf hinterlehren. Und jetzt ist aber die Frage, was suchen eigentlich die Menschen, die die Dienstleistung in Anspruch nehmen? Und ich glaube ganz fest, das wird nicht Unternehmensberatung sein. Also kannst du dir auch die Frage stellen, ob da der Titel nicht müsste geändert werden von Unternehmensberatung auf irgendetwas anderes. Zum Beispiel bessere Kundenergebnisse. Ja, nach dem sucht auch eine Zufriedenheit. Also wir müssen... Aber dafür machst du eine Keyword- Recherche, oder? Für das machst du eine Keyword- Recherche, genau. Oder es könnte jetzt auch Google AdWords helfen, wenn du Werbung schaltest auf den Begriff, dass du sagst, hey, gib mir mal alles, was die Leute rundherum suchen und dementsprechend schauen wir mal, was dazu passend könnte sein. Oder ganz einfach, frag mal deine Kunden, nach was sie würden suchen, wenn sie die Ideenschleistung würden, weil in Anspruch nehmen. Sag ich mir sogar gerne so, just peep your customer. Oder just peep ask your customer. Ich weiss nicht, bist du explizit kennzeichnet da, Nico? Ja, ich glaube, ich habe nie etwas anderes behauptet, dass wir fluchen können und machen. Ja, aber hast du den Podcast auch als explizit, weil nur dann darfst du es wirklich, sonst kannst du abgestraft werden. Und dann werde ich halt abgestraft. Nein, das ist okay. Gut, wir lassen es beim Pieps, aber mich tun manchmal so. Also, bei der Webseite quasi die Suchleiste optimieren, das weiss ich, das wird schnell gehen. Das Startseite habe ich vermutlich übersehen, weil der untere Text ist ja angepasst. Ich finde es schwierig bei den anderen Plattformen, also zum Beispiel bei Twitter oder Instagram und so, das ist mir ein Rätsel, wieso das teilweise so erscheint. Wenn wir schnell auf Instagram gehen, ETF und Krypto, das ist wahrscheinlich daraus entstanden. ETF, Geldaktien, ETF, Krypto, der nimmt da einen Teil. Also, beim einen oder anderen wirst du nicht so super gut anpassen können, weil es ist auch so, Google nimmt sich das Recht aus, die Sachen eigentlich auch zu beschreiben. Ja, weil eben das hat mich jetzt erstaunt, dass einfach ETF und Krypto steht und die anderen Begriffe nicht zuerst. Aber, okay, it is what it is. Du siehst, er nimmt das da raus vom Geld, Aktien, ETF, Krypto, Jack and Money und man kann, also wir machen das mal schnell noch, wir gehen noch eins tiefer, wir schauen mal ganz kurz in den Quelltext von der Seite, ob Instagram da eigentlich irgendeinen Title definiert hat. Also, ja, eigentlich würde ich Geld, Aktien, ETF, Krypto stehen und dann gehe ich davon aus, weil da halt Jack and Money und wir nach Jack and Money gesucht haben, dass er halt der vordere Teil abschneidet. Ja. Da ist doch ein bisschen, du kannst die anderen Plattformen nie so super kontrollieren. Ja, und dann, ja, also quasi wegen der Positionierung sehe ich schon den Vorteil, dass wenn ich jetzt da Google-Hertzvorschalter, dass einfach zweimal gerade Unternehmensberatung kommt und das zu überstehen. Genau. Also, wenn man Marketing oder das ganze Anlog, man fängt immer einmal an, was ist das, wo du reichweite nach aussen machst, also das ganze Push-Marketing, das ist Social Media organisch, das ist Werbung etc. pp. Obwohl ich ja immer wieder sage, heute haben wir fast gar keine organische Reichweite mehr, das wird immer schwieriger. Und das, was wir da jetzt ansehen, Search Experience, das ist Pool-Marketing. Also, die Leute haben das Bedürfnis und suchen nach etwas und wenn jemand nach Jack and Money sucht, dann kennt er dich schon, das heisst, der hat dich schon auf Social Media gesehen und wenn du jetzt nach etwas anderem suchst, über Unternehmensberatung, dann hat er das Bedürfnis. Also, es gibt auch da drinnen nochmal Unterscheidungen. Aber wir machen jetzt einen Deep-Dive, gehst du vorweg von dem Marketing-Dussel auf die Website, weil für das bin ich ja, glaube ich, da. Genau. Aber es ist auch spannend gewesen. Gut, also wir wollen ja dem Sandro nicht irgendwie noch dazu überzügen, dass er jetzt alles anders macht. So, wir sind auf der Website, ihr seht da eigentlich, ich tue schnell beschreiben, es hat oben links ein Logo, es hat eine Navigation standardmässig, es hat ein Login. Spannend, es hat ein Login, da frage ich mich schon zuerst, uh, was mache ich denn da in Login. Und dann steht, wir transformieren ihr Unternehmen schrittweise auf die nächste Stufe. Modular, digital, faddergrad. Und da hat es eine Animation, die tut eigentlich, also modular, digital, faddergrad ist die Animation, die weckt Aufmerksamkeit und eine kostenlose Erstberatung. Unterunter gerade drei Icons, Unternehmen, Mission und Zielgruppen. Und, ähm, wenn man sich die Seite so allgemein anschaut, das Erste, was einem auffällt, sie ist sehr emotionslos. Wir haben, ähm, hier etwas, wir haben viel technisch, dass das passt irgendwo zum ganzen Thema. Wir haben ein schönes Logo, ähm, mit Serifenschrift, die Seriösität ausstrahlt. Und dann haben wir viel Text, also es wirkt auch alles sehr dicht gedrängt. Also Logo und Navigation sind sehr eng beieinander. Es ist eine grosse Schrift, dann haben wir den blauen Hintergrund mit dem wir-transformieren-unternehmen, dann die kostenlose Erstberatung, ähm, und unterunter die Icons. Wenn man sich das anschaut, das sind, sind ganz, ganz viele kleine Details, wo in der Summe, ähm, einen ersten, komischen Eindruck hinterlässt. Und die versuche jetzt mal so gut zu erklären, dass man ohne, ähm, ohne Bildschirm die gesehen. Also wenn man jetzt anschaut, sofort Aufmerksamkeit ist auf der, ähm, ist auf der Animation mit Modular, ähm, Digital und Vordergrat. Die ist jetzt ein Tick zu nervös. Die kommt die ganze Zeit, das hat aber ein bisschen so den Finanzticker irgendwie, das passt eigentlich, aber, ähm, sie ist so schnell, dass ich vielleicht gar nicht nachkomme und dann mit dem weisen Geblenden, wo jetzt zum Schluss kommt, also es wird dann wie, äh, wird dann invertiert, das ist ein bisschen fast zu viel. Ein bisschen langsamer, ein bisschen weniger, ähm, ähm, also ein bisschen weniger schnelle Wiederholungen könnte da eigentlich schon zu einer Besserung führen. Das ist kein Problem, kann ich machen. Dann glaube ich, würde es dem ganzen Design helfen, wenn wir transformieren, die Unternehmen schrittweise auf die nächste Stufe, was eigentlich der Titel zu der Animation ist, so wie die Animation und unterdrunter der Button kostenlose Erstberatung, wenn das mittig zentriert wäre. Weil die ganze Seite wirkt so schön, wie so eine, wie so eine Vase, so sie geht irgendwie zusammen, aber irgendwie der Hader-Bereich, der, der stört ein bisschen. Und ultra mega nice wäre, wenn ich da ein schönes Foto von dir würde gesehen, wo du wunderbar in Kameras meinst, so wie auf deinem Instagram-Profil, wo man kann sagen, schau mal, nicht wir, sondern du bist ja ich, du bist ja irgendwie nicht mehrere Personen. Jetzt hast du gerade mehrere Punkte angesprochen. Also mit dem Foto habe ich das ganz am Anfang ausprobiert gehabt, das ist recht schwierig. Wenn man sich da mal ein bisschen auseinandersetzt mit dem Webdesign, dann wird man herausfinden, wieso. Weil wenn du ein Foto nimmst und einen Text drüber machst und je nach Bildschirmgrösse ist dann der Text schlecht positioniert vom Bild. Also das ist eine wirkliche Kunst. Ich habe mir da auch deine Webseite angeschaut, wie du das machst. Und du hast es eigentlich relativ ähnlich. Du hast quasi auch oben ein grosses Bild und ein Text drüber. Und je nachdem, wie ich die Bildschirmgrösse adjustiere, geht dann der Text komplett über dein Gesicht oder man sieht dich dann nicht mehr. Und darum habe ich probiert, dort eine neutrale Art und Weise zu gestalten, die auf jedem Bildschirm gut ausgesehen. Aber natürlich hast du recht, es hat keine Emotionen drin. Das stimmt, also ich habe damals irgendwie einen Kompromiss finden und habe mich jetzt einfach für die neutrale, schlichte Art entschieden. Und das, wenn dann erst jemand also über uns klickt, dann quasi sieht er dann die Gesichter. Oder der erste wichtige Punkt, den wir haben, wenn jemand auf deine Webseite kommt, ist Vertrauen aufbauen. Das ist quasi wie so, du siehst eine Person, du gibst ihren ersten Händen druck, du schaust, wie sie angelegt ist, ob sie gut rasiert ist, ob sie die Haare hinteren kämpft hat, whatever. Also wenn mich jemand anschaut, im Moment denkt er auch, oh mein Gott, was ist das für einen? Deswegen ist es besser, wenn ich einfach nur zuhose, nicht auf YouTube, gehen zu schauen. Der erste wichtige Moment ist, du musst Vertrauen packen. Und das ist nicht ganz so eine Kunst, wie sieht das aus mit dem Bild. Du hast noch eine einfache Herausforderung, als wir das haben, wo ein vollflächiges, grosses Bild haben, wo es um eine Situation geht, wo du halt mit so einem Overlay musst schaffen. Wenn du aber dich als einzelne Person, also stell dir vor, wir nehmen dir so ein Profilbild, packen dich irgendwie rechts oder links davon eben dran, dann kannst du im Responsive Design oder je nachdem, welches WordPress-Template du hast, sagen, hey, jetzt kommt ein Bild von dir, vom Sandro über dem Text oder unter dem Text oder dazwischen und dann sollte es gar keine Überlagerung geben. Wenn du mit einem Hintergrundbild schaffst, wie wir das gemacht haben, dann ist das natürlich nicht so einfach. Bei Hintergrundbilden allgemein empfiehlt es sich auch nicht immer auf die volle Breite zu gehen, weil wenn jemand wie ich einen riesen breiten Bildschirm da links von mir habe, wo ich euch sehe, dann wenn ich das Bild gross mache, sieht es schlimm aus. Aber wenn du wirklich nur für dich ein Profilbild rechts davon machst und du quasi responsive super sagst, wie es dargestellt soll werden, dann kannst du das in jeder Browsergrösse auf jedem Display wunderbar darstellen. Und, dann würde ich aber gerne zum Wie kommen. Natürlich, Wie stärkt rein von der ersten Wahrnehmung. Oh, das ist Fleisch am Knochen, das sind mehrere Leute. Aber wenn sie dann ein bisschen tiefer gehen und sehen dann plötzlich bei uns, das ist nur der Sandro, dann denken sie, hey, warum verarscht ihr uns eigentlich? Ja, das WIR sowie die C-Form habe ich auch recht lange überlegt, was ist jetzt gescheiter, was ist besser. Ich habe mich für WIR entschieden, weil das einfach mehr zukunftsorientiert ist, zumindest in der Hoffnung, dass ich dann nicht auch den ganzen Textnummer muss neu schreiben. Ich arbeite ja auch mit einem Partner zusammen und von dem her gesehen macht WIR jetzt schon auch Sinn. Okay, aber dann würde ich ganz klar sagen, wenn über uns spät ist, musst du den Partner irgendwie führerbringen. Also der ist jetzt drauf, wenn du dann gehst. Gut, aber wir bleiben schnell auf der Startseite, damit wir auch zeitlich im Rahmen bleiben. Wir sind schon relativ weit vorgeschritten von der Zeit, aber damit wir es auf den Kernpunkt bringen. Was würde ich noch ändern? Rein textlich transformieren, packst du dich in eine ganz andere Ecke. Du dürfst jetzt mit transformieren, modular, digital auf digital die Transformation rausspielen und das wäre jetzt ein Markt, wo ich an deiner Stelle mit der Unternehmensberatung nicht würde reindrängen, weil ich glaube, du machst nicht nur eine digitale Unternehmensberatung oder Transformation. Also mit dem Hader quasi bin ich nicht so ganz zufrieden. Ich habe dort auch mehrere Sachen überlegt. Das ist das, was quasi am Schluss am besten gewesen ist. Zum Zeitpunkt der Erstellung war schon die Idee, 90% digital zu machen. Das hat sich jetzt eigentlich erst über die letzten 1-2 Monate aus den Erfahrungen vielleicht ein bisschen verändert. Und überlege dir mal, welche Emotionen du bei deinen Kunden wirst auflösen. Wenn du sagst, wir transformieren, mein Unternehmen schrittweise auf die nächste Stufe, dann durfst du eigentlich implizieren, dass das, was die Person jetzt gerade macht, das nicht gut macht. Und das willst du ja eigentlich nicht. Du willst ja im ersten Moment, wenn die Leute das lesen, möchtest du nicht, dass sie das Gefühl haben, dass sie etwas schlecht machen, sondern du möchtest ihnen eigentlich zeigen, was sie mit dir oder wie sie sich fühlen, wenn sie mit dir zusammenarbeiten. Es geht viel mehr um das Feeling, als um das, was sie am Ende vom Tag hart, facts-mässig bekommen. Natürlich, am Anfang seist du, was sie bekommen, aber was haben sie eigentlich davon? Wie fühlen sie sich? Es ist viel besser, als sagen, du machst das, was du gerade machst, nicht gut. Du machst es scheisse. Und du musst eigentlich jetzt den nächsten Schritt gehen. Und für das brauchst du meine Hilfe. Okay, ja. Also bei mir ist das jetzt nicht so in der Aussenwahrnehmung angekommen, dass man das so interpretieren kann. Aber falls das so ist, dann bin ich natürlich froh, um das Feedback. Das sind ganz sanfte kleine Sachen. Wenn du jetzt einen UX-Writer fragen würdest, was ich nicht bin, dann würde ich dir versuchen, eine andere Formulierung daran anzugeben. Und dann der letzte Punkt, wo ich jetzt noch würde ich ändern, ist ganz simpel, aber das Mission-Icon da unten, das fällt aus dem Rahmen im Vergleich zur Unternehmung und Zielgruppe. Ganz einfacher Tipp, der äusserste Rahmen, die zwei, es ist eine Dartscheibe für alle, die jetzt da zuhören, oder eine Zielscheibe mit einem Pfeil, mit drei Ringen. Und wenn die zwei äusseren Ringe gefüllt werden, also die Differenz, also der Abstand zwischen den zwei, dann würde das Problem eigentlich schon gelöst werden. Du hast ja wahrscheinlich zwei unterschiedliche Icon-Libraries verwendet. Da würde ich dir den Tipp geben, verwende die gleiche. Sehr stark analysiert, ja das stimmt. Das weiss man wirklich nur, wenn man da Experten ist, das stimmt. Es hat leider einfach in der einen Icon-Library kein gutes Icon gehabt haben, da muss ich da auf ein anderes zurückgreifen, als siehst du rein. Man kann als Alternative, entweder du es jetzt bearbeiten, oder du gehst her und du hast eigentlich so die Line-Icons innen gedacht, wie du es aber beim Login gemacht hast, auf einem farbigen Hintergrund, in einer Farbe. Du könntest mal versuchen, wenn du einen Kreis machst, wo das drin ist, wie das aussieht, aber auch dann wird es wieder ein bisschen, ich sage mal, aus dem Rahmen fallen. Ja, also an diesem Icon bin ich extrem lange dran gewesen. Es war extrem schwierig, das musst du von der einen Library nehmen, transformieren, konvertieren, damit du es dann im richtigen Format hast, dass du es in die andere Icon-Library hinzufügen kannst und damit du dann anzeigen kannst. Ich habe es leider nicht bearbeitet, also ich muss es gleich anders nehmen. Okay, vielleicht kann dir Nico und seine Kollegen dann ein bisschen schnell helfen, das sollte schon machbar sein. Aber gehen wir noch zwei, drei andere kleinere Details noch da ansehen. Ich mache den Header so gross, dass der Teil da unten mit dem Unternehmen, Mission und Zielgruppe gar nicht mehr dargestellt wird. Du musst im ersten Moment wirklich mit einer sehr kurzen, prägnanten Botschaft mit wenig Text und mit Emotionen überziehen. Das heisst, wenn du den Header ganz gross machst, dein Bild innen tust und du kommst dir schon mal viel besser, die Animation ein bisschen anpassest und dir noch mal Gedanken zum Text machst. Dann würde ich in der Navigation oben, wenn du da jetzt auf Unternehmensberatung gehst, das ist ein relativ langes Wort mit dem Pfeil ein, das zeigt, hey, schau mal, da hat es noch mehr unter drunter, würde ich den unteren ausfahrbaren Teil auf die volle Breite machen. Weil du siehst, ich fahre jetzt runter oder ich bin jetzt hinten auf dem Pfeil, fahre runter, gehe zum Modul und es fällt weg. Ganz eine kleine, simple Sache, die vielfaches vereinfacht und, ich würde sogar noch eins weitergehen, deine Module, warum muss ich da auf Unternehmensberatung modulen und ein Kundenerlebnis? Warum steht nicht einfach nur ein Kundenerlebnis oder warum steht nur, also weisst du, warum muss ich eigentlich jetzt drei Seiten haben und es geht eigentlich immer ums Gleiche? Ja, das hat seinen Grund und da habe ich gerade noch eine Frage an dieser Stelle. Würdest du jetzt auf Unternehmensberatung klicken? Natürlich. Auf das Wort Unternehmensberatung hast du checkt, dass man dort draufdrücken kann? Immer. Jede Link in jeder Navigation muss zwingend, auch wenn es Unterseiten hat, das ist quasi eine von den wichtigsten Sachen, die müssen angeklickbar sein. Weil, dein Hauptkeyword, wo du ja eigentlich jetzt definiert hast mit deiner Startseite, lautet Unternehmensberatung. Wenn also jemand nach Unternehmensberatung sucht und wir können jetzt mal schnell checken, wir gehen auf Google, geben da Site, das können alle da draussen auch mal machen, geben wir mal Site-Doppelpunkt ein, dann könnt ihr eure Domain eingeben, sharekarmoney.ch, Abstand und jetzt mal Unternehmensberatung und schaut mal, welche Seite es oben stront. Und Google sagt jetzt als allererstes Startseite, dann sagt es über uns, dann Jobs, dann Kurs und eigentlich die Seite, wo Unternehmensberatung in der URL drin hat, wird gar nicht dargestellt. Das hat aber verschiedene Gründe, weil wenn wir auf der Unternehmensberatung Seite sind, dann ist kein Inhalt entroffen, wirklich Unternehmensberatung. Also du vergisst da relativ viel, ich sage mal, Schiesspulver, weil meine Startseite ist zu wenig stark orientiert an Unternehmensberatung, rein vom Keyword wahrscheinlich. Und die Seite, die eigentlich prädestiniert bei WSI der URL ist, das geht mit Veränderung beginnt im Kopf. Also die Regel ist immer, dass der Title von einer Seite und aber auch die Überschrift wie auch die URL das Haupt-Keyword beinhalten müssen. Sodass da eine logische, also wenn ihr das Word-Dokument auf eurem Rechner abspeichert, dann liegt das auch in dem Ordnung, wo ihr kognitiv an ein Thema denkt, dass der Name von dem Word-Dokument und der Titel, die sind auch irgendwo in dem Kontext drin. Und das fehlt als Erste, was halt auffällt, ist Veränderung beginnt im Kopf, individuelle Zusammenarbeit und wir testen ihre Customer Journey. Ja, da ist jetzt, also meine Frage ist quasi, eben Unternehmensberatung muss das in ein Untermenü kommen, dass man dort quasi so individuelle Zusammenarbeit oder Unternehmensberatung kann anklicken wie Module, weil dort habe ich das Feedback bekommen, dass die Leute die Seite, wo du jetzt gerade bist, Unternehmensberatung, gar nie gesehen haben. Sie finden sie gar nicht, weil sie sie wie nicht anklicken können, weil es nicht ausgefahren wird im Menü. Das stimmt, im Menü, aber eigentlich Navigation ist nicht dazu da, dass sich die Leute in der Regel durch deine Webseite klicken. Navigation ist ein Anker für wiederkehrende Besucher oder eine Übersicht, was du anbietest. In der Regel scrollen die Leute durch die Seite und klicken dann innerhalb von deiner Seite auf die nächste Seite. Und eigentlich müssen sie ja von da zu allen Dienstleistungen, oder? Wir kommen bei dir auf der Startseite, wir sehen die Dienstleistungen und nach einer Dienstleistung entdecken, landen sie ja auf der Unternehmensberatung. Ja, richtig. Also für mich ist eben auch der Punkt, wenn du über so einen Begriff gehst, dann siehst du auch, dass sich die Maus quasi in so einer Hand quasi umentwickelt. Und dann müsstest du eigentlich auch verstehen, okay, ich kann auf den Begriff klicken und da kommt eine eigene Seite. Wieso würde sich der Zeiger nicht verändern? Jein, das stimmt grundsätzlich ja. Dadurch, dass du häufig wahrscheinlich auf Smartphones surfst, ist das nicht unbedingt der Fall. Wie gesagt, ich würde Navigation nicht als der wichtigste Pfad für deine Kunden an, sondern wir reden heute von einer sogenannten Content-Centered Navigation. Du wirst die Leute über deinen Inhalt auf die jeweilige Seite linken. Und die Navigation oben ist nur um deine Struktur, man sagt eben auch wie den Anker anzubringen, um eigentlich die Wiederkern oder die, die schon mal etwas gesehen haben, dass die wieder zurückkommen. Okay, dann dein anderer Punkt, wieso es quasi Module und dann ein Kundenerlebnis hat. Das ist einfach mit dem Hintergrund, dass ich eigentlich vorgehalten habe, mehrere Module entwickeln. Ja, das sind eigentlich schon gedanklich auch die nächsten in der Pipe. Gut. Und quasi auf den Bereich oder in der Seite Module, wir erklären, was es ist, wie es abläuft und dann, wenn man weiss, was man will, dann kann man quasi aufs Einzelne gehen und dort dann auch den Kurs absolvieren. Auch da, du hast vorhin gesagt, die Texte, oder das hat für dich irgendwie am besten gepasst mit dem wir und zukunftsorientiert. Eine Website ist ja kein gedruckter Katalog, der sich nie mehr anpasst. Also, du auch da nicht immer zukunftsorientiert denken, sondern pass es an, wie es jetzt ist und bei der Navigation natürlich nicht alle zwei Tage etwas verändern, sondern vielleicht so im allmonatlichen oder Quartalsweis. Aber grundsätzlich lass dich da nicht quasi in eine Ecke drängen, was du irgendjemanden machen. Jetzt komme ich noch mit einer kleinen Klammer, weil mir gerade etwas aufgefallen ist. Wenn man mit der Maus über das Logo geht, dann steht da Jackamani underscore Logo underscore Along underscore Blue. Logo, Along und Blue, also Logo ist noch okay, aber Along und Blue hätte drinnen nichts zu suchen. Das ist eine sogenannte Alter, der Title Tag, der im Quelltext hinterlegt wird für Leute, also für Screenreader, die das vorlesen. Da empfiehlt es sich auch eine normale Beschreibung, Jackamani, Logo und ganz wichtig keine Underscores. Underscores verbindet eigentlich die Begriffe, also das Wort, wo da jetzt laut Suchmaschine drinsteht, ist Jackamani Logo Along Blue und nicht Jackamani Logo Along Blue. Man verwendet das gerne in unserem Dateisystem, weil der Underscore viel, viel besser lesbar ist. Der korrekte wäre aber das Minus respektive ein Binderstrich. Danke. So, was ich allgemein noch dir würde empfehlen oder was ich ein bisschen scharf finde, ich bin nur eine persönliche Meinung, rein vom Design her, ich finde es schade, dass du so eine Standardschrift verwendest. So ist ich glaube, Arial als Schrift, das passt wahrscheinlich irgendwo in die Welt drin, aber es erschwert sich für dich eigentlich das Branding zu machen. Das Branding ist ja immer eine Kombination aus Farben, Font, Bildsprache, verschiedene Elemente und du hast jetzt wirklich so eine Standardschrift nicht auffällt. Sie fällt eben schon auf, weil sie niemand verwendet, aber du könntest noch ein bisschen mehr Charakter eigentlich mitgeben. Ja, ich habe Helvetica als Standardschrift, respektive eigentlich überall als Schriftart ausgewählt. Das hat auch einen Hintergrund aufgrund der Komfortabilität. Helvetica hast du in jedem System, auf jedem Programm, egal wo du bist, du kannst damit arbeiten, dein Computer kann es lesen, du kannst es auch bearbeiten. Ich habe schon die Erfahrungen gemacht, dass ich eine PowerPoint-Präsentation gemacht habe in einer speziellen Schriftart, also wo du zuerst musst du die Schriftart auf dem Computer installieren, habe sie gemacht, habe ich mir die Präsentation auf einen anderen Computer quasi geschickt, dort geöffnet und das ganze Design hat es komplett verrissen, weil der Computer halt einfach die andere Schriftart nicht kennt und dann hast das ganze Design der Präsentation eigentlich nochmal neu machen können und dort bin ich ein Gebrandmarktskind, ich nehme dort eine Standardschriftart, die passt dann auf jedem Bildschirm, auf jedem System genau gleich, das hat eigentlich wirklich rein praktische Gründe, ich habe gesagt, okay, ich verzichte auf die Ästhetik, dafür habe ich Funktionalität. jetzt muss ich dir da widersprechen, weil Helvetica ist keine Standardschriftart auf allen Rechnern. Windows zum Beispiel hat Helvetica nicht als Standardschrift. ist eine lizenzierte Schrift und das andere ist, das mit Powerpoint verstehe ich, lässt sich auch umgehen, indem du die Schrift einbettest, da kannst du aber nur die Zeichen verwenden, die schon in der Präsentation drin sind, aber Powerpoints zu Kunden schicken, würde ich eh nicht. Im Web grundsätzlich würde ich auf Webfront setzen und ich bin jetzt vorne, hat sich der Bildschirm im Hintergrund ein bisschen verändert, weil ich schnell den Sourcecode checkt habe und so wie es aussieht, du schickst kein Webfront mit, das heisst, bei mir wird jetzt höchstwahrscheinlich den Arial dargestellt, ich kann es nicht genau sagen. Okay. Also wenn du... Also ja, ich habe mit der Schriftart bisher noch nie ein Problem gehabt und bin aus dem Grund eigentlich sehr zufrieden. Aber gerne mal checken, wie es bei dir aussieht und wie es bei mir aussieht. Wir werden nicht die gleiche Schriftart hier haben, weil ich habe Helvetica nicht installiert, bei mir fällt es auf ein Fallback zurück. Wenn du willst, dass Helvetica verwendet wird, dann nimm unbedingt den Webfront oder du die Webfront eigentlich integrieren und sag nimm Helvetica effektiv heraus, weil ich habe sie nicht installiert, bei mir sieht es wahrscheinlich anders aus. Ich sehe es bei dir im Quellcode nirgendwo, dass die mitgeschickt werden. Okay, also so auf der ersten Blick sieht bei mir eigentlich alles gleich aus wie bei dir, aber gut. Tief in der Analyse hin, wie stellt man so etwas dar, wie schickt man so etwas mit? Es ist ja so, du kannst jetzt hier, ich habe jetzt schnell den Quelltext aufgemacht, für alle, die jetzt nicht mitschauen, ich suche jetzt mal das CSS-File von dir, ähm, da ist es verschiedene, oder da wird jetzt da die Schrift, äh, beim einen, das ist jetzt ein Theme-Detail, wird die, äh, wird sie angeben, da wird die Font-Family angeben, und du tust aber, ähm, im CSS-Selben, das muss ich sagen, es ist nicht formatiert, was natürlich gut ist, weil es zeitspart, aber jetzt müssen wir mal schauen, ob irgendwo der Import von der Schrift stattfindet, und, ähm, das sieht, glaube ich, nicht so aus. Also, ich arbeite ja mit dem Baukastensystem Elementor, und dort hast du eigentlich die Schrift Helvetica, ähm, die hast du aber auch sonst bei Word oder Excel, et cetera, bei Canva hast du Helvetisch, ähm, ja, so, so finde ich, kannst du eigentlich einheitliche Schrift generieren. Also, ich müsste, ich müsste jetzt nochmal schnell, ähm, ähm, detailliert schauen, aber ich, je nachdem kann es eben sein, dass ich nicht super mitgeschickt werde, ähm, ich habe das Gefühl, das ist jetzt, ähm, nicht Helvetica, weil es mich nicht angeschleppt wird, aber es könnte auch jetzt einfach ein Fehler von mir sein, also, weißt du, gehen wir lieber noch, äh, noch einen Schritt weiter, und schauen nochmal, was man sonst noch unter Umständen könnte verbessern. Weil, wichtig ist schon, deine Conversion ist ja die Erstberatung, oder? Wenn wir jetzt auf Erstberatung gehen, passiert etwas, was jetzt rein zahlertechnisch dazu nicht so gäbig ist, weil, wenn du da draufklickst, dann landest du auf deinem Outlook Office 365. Das ist nicht schlecht, weil du hast eigentlich da schon die Möglichkeit, zu sagen, was willst du eigentlich da haben, Zwei Stunden, eine Stunde, Krankenhäuser pro Stunde, kostenlos. Ähm, die Leute können sich auswählen, was sie wollen. Aber das ist ein Absprung, es wird eigentlich als Absprung gewertet, und, ähm, das ist nicht so gäbig. Die Frage ist, ob man das integrieren könnte, ich weiss nicht, ob das mit Office 365 möglich ist. Ähm, ich habe das, glaube ich, sogar bewusst gesetzt, also ich kann das in Elementor einstellen, ob du von der Webseite wegkommst oder nicht, also ob sich ein neues Tab öffnet. Ich finde das immer sehr sympathisch, ich kann also nichts mehr wie vom Button-Klick und dann bin ich auf dieser Webseite weg. Wir müssen unterscheiden, wenn du, ich habe nicht gesagt, dass du von der Webseite weggehst, egal in welchem Fall, wenn jemand da draufklickt, öffnet sich ein neues Fenster, du bist auf einem neuen Domain, das ist eigentlich ein Absprung. Und du machst es zwar gut, indem du einen neuen Tab öffnest, aber die Frage ist, ob du es nicht direkt in Jackamani möchtest integrieren. Was ist denn das Problem von einem Absprung? Du leitest eigentlich die Leute wieder weg. oder wenn du jetzt, gerade nimm, nimm nicht unbedingt einen Browser am Compi, sondern nimm einen Browser am Smartphone. Die Leute sind da und jetzt, ich kann zum Beispiel nicht mehr zurück, oder? Da geht es schon wieder nicht mehr. Das ist jetzt der Vorteil am Compi durch die zweite Tab. Auf dem Smartphone fällt das nicht so auf. Sie fühlen sich irritiert, wenn vielleicht noch gar nicht das Ganze haben. Gerade Fremde sagen dann, oh, komisch, irgendwie, ich gehe wieder. Und da wäre es gescheiden, wenn es gerade, oder, im ersten Moment, da die Erstberatung im Prinzip in der Seite integriert wäre. also ich sehe die Möglichkeit irgendwie vielleicht von einem Pop-up, aber das ist dann schon Nein, das Pop-up funktioniert auch nicht. Also bei Kontakt zum Beispiel dort hat es das, dass quasi du auf der Webseite bleibst und nicht weggehst und kannst quasi so den Termin buchen. Optisch ist es leider nicht allzu schön, das wäre Kalendli sicher schöner. Das Gute an Microsoft ist quasi einfach, dass es kostenlos ist. Ich kann das über einen iFrame einbetten in die Webseite. Ja. Schauen wir mal, wie es Mobile aussieht. Es sieht sogar Mobile, also es ist nicht schön mit dem Scroll-Balk, aber es ist noch okay. Also weisst du, ich würde jetzt auch sagen, mach doch auch einen iFrame, den du dort hast und integriere es. Es tut sicher nichts verschlechtert. Ja. Also ja, wie gesagt, ich bin ja da eigentlich noch Neuland im Webdesign. Ich habe irgendwie einen Approach gesucht, der funktioniert und das hat bis jetzt für mich gestimmt. Aber ich sehe schon deinen Punkt mit dem Abschliessen. Oder rein vom zahlentechnischen Teil könntest du es so messen, gehen und schauen, wie viele Aufrufe du auf der Startseite hast, gehen und checken, wie viele Leute auf den Link klicken, da landen und gehen und prüfen, wie viele von denen, die da geklickt haben, auch nachher abschliessen. Und du wirst wahrscheinlich einen guten Klick-Thread haben von der Startseite, zum klicken, aber du wirst nicht wieder so eine gute Conversion haben da drin. Das hat aber jetzt verschiedene Gründe. Zum einen, weil es das Abspringen ist und es könnte sein, dass die Leute dann sagen, aha, schau mal, das kostet mich 120 Franken auf die Stunde oder die Erstberatung 30 Minuten, ich weiss es noch nicht, ich will zuerst mal schauen, wer ist das, will wieder zurück. Und da empfiehlt sich auch auf der Startseite hast du ja immer so eine 50-50 Chance, ist es ein neuer Besucher, ist es ein bestehender, ist es einer, der schon mal irgendwie mal schon da g's ist und dich ein bisschen kennt oder ist es jemand, der noch nie da g's ist, mach nur eine zweite Call to Action mit dem sogenannten Ghost-Button, das ist der, der nicht so hervorgehoben wird oder der, der vielleicht gar nicht wie ein Button ausg'sieht, wo du mehr Informationen zu deinem Angebot eigentlich gibst. Und dann müssen wir mal schauen, wenn ich jetzt bei so einem Angebot bei dir bin, deine Dienstleistungen, wir testen ihre Customer Journey, machen wir die kostenlose Erstbuchung und da ist jetzt in meinen Augen, würde ich mich fragen, welche von diesen sechs brauche ich da eigentlich? Oder? Gar keine. Wieso brauche ich gar keine? Da steht ja kostenlose Erstberatung buchen. Ja, aha, okay, dann nimmst du auch die kostenlose Erstberatung. Kannst du denn auch da direkt auf die kostenlose Erstberatung verlinken? Ja, das ist gleich, dass ich nur das zeige, dass quasi kein Fehler passiert. Mit der steigenden Anzahl von der Auswahl steigt die Komplexität für den User und er ist verwirrt und das kann dann sein, dass er auch in dem Moment auch da wieder abspringt. Ja, das ist ein sehr guter Punkt, ja. Das kann ich an einem Punkt anpassen. Da würde ich dir auch empfehlen, integrieren das direkt in die Website. Das ist gut. Kann ich machen, das ist kein Problem. Habe ich auch gedacht, ich habe, als ich es gesehen habe, ich habe gedacht, ich habe, nachher steht jetzt schon 120 Franken vor der Stunde, was der eine oder andere vielleicht schon mal abschreckt und sagt, warum sollte ich überhaupt eine kostenlose Erstberatung buchen, wenn ich nachher, also es kostet dann 120 Franken in Zukunft und das Kennenlernen 15 Minuten, weiss ich auch nicht. Also ich habe gefunden, wenn ich jetzt kostenlose Erstberatung buche, dann würde ich nur noch den Termin auswählen, weil ich habe ja schon gesagt, ich will es buchen. Mit dem Klick. Ja, fairer Punkt, das ist gut. Ja, Nico, du musst dir eigentlich sagen, unsere Zeit ist langsam am Ende, wir sind irgendwie binnen einer Stunde, wir haben sehr viele Inputs oder ich habe, ich glaube, relativ viele Sachen gegeben, ob der Sandor ich will annehmen, das überlasse ich ihm. Wie wollen wir weitermachen? Ja, Sandra, hast du noch ganz konkrete Fragen von deiner Seite her? Sonst hätte ich dann noch eine Frage an Chris und dann sonst ist es mega spannend gewesen und darfst du mal überarbeiten und sind wir gespannt, wie das nachher aussieht. Ja, also Grund, es sind eigentlich zwei Sachen, die mir Kopfschwirren. Erstens ist es so ein bisschen Google Analytica oder Analytics noch ein bisschen genauer anschauen, aber ich glaube, das würde jetzt den Rahmen sprengen. dann der andere Punkt ist, oder ich bin ja auch treuer Zuhörer von deinem Podcast, Nico, und dort kommt immer wieder der Punkt, ja, du brauchst gar keine Webseite, du brauchst keine Visitenkarte, etc. Fang einfach an, hol einen Kunden und das ist eigentlich und das ist eigentlich so zum Vernachlässigen, das tut natürlich mich jemandem im Webdesign im Herzen weh, wenn man so etwas sagt. Das ist so ein bisschen die Thematik jetzt, die mich beschäftigt, oder in einer Praxissicht. Ja, soll ich jetzt die Zeit investieren, um die Webseite besser zu optimieren, wenn ich auch einfach proaktiv Kunden akquirieren könnte. Das ist jetzt momentan der Trade-off, den ich habe, von der Zeit. In was investiere ich die Zeit? Schau, es ist so, deine Website ist dein bester Sales-Mitarbeiter, weil er mehr Kontakte draußen in der Aussenwelt kann angehen, als du das als menschliche Person kannst. Und wenn du deine Website wie einen Mitarbeiter behandeln und auch hackst und fleckst, dann wird er irgendwann konvertieren und funktionieren. Aber es ist in Tat und Wahrheit schon so, dass du im persönlichen Kontakt die viel bessere Quote hast und die viel bessere, also viel bessere Abschlussquote, viel mehr Erfolg hast, als nur allein über deine Website, weil das hat viel mit Angebot und Nachfrage zu tun, das Angebot an deine Dienstleistung ist ultra gross und es ist ein ganz wichtiges Element da drin, Vertrauen. Und Vertrauen kann man dir vor allem als Mensch und da ist quasi die du als menschlicher Aspekt ist viel, viel wichtiger, wieso es eigentlich schlauer ist, wenn du sagst, du investierst jetzt mehr Zeit da drin, dass du als Person mit den Leuten in Kontakt kommst, als deine Website. Ich glaube, die Website optimieren ist langfristig extrem notwendig und wird sicherlich auch den Effekt haben, dass quasi mein bester Sales Mitarbeiter wird. Das war ja auch ursprünglich die Idee, okay, Blogbeiträge schreiben, das ganze Essay optimieren immer weiter, aber es ist einfach ein bisschen langsam, oder also ich glaube, es geht einfach viel schneller, okay, das Telefon in die Hand kann ich jemandem anrufen und probiere eine Quise machen oder einen LinkedIn-Post schreiben. Ich glaube, ich werde einfach so schneller zum ersten Kunden kommen, der wirklich gross ist, der sagt, ja, ich vertraue jetzt mal an Sandro, wie meine Webseite so lange optimieren, bis da mal etwas passiert. Oder wie siehst du es du, Nico? Absolut genau so. Also ich glaube, im Moment bist du halt am Punkt, wo du musst Kunden gewinnen und einfach irgendwie musst du Umsätze machen und darum ist die Webseite optimieren nicht das, was jetzt den grössten Hebel hat aktuell. In dem Moment, wo du die ersten Kunden hast, glaube ich, hast auch immer mehr Feedbacks von Kunden, Daten von Kunden, eben du kannst Kunden fragen, nach was sie zum Beispiel würden suchen, wenn sie das machen und so weiter, dass du auch Inputs hast, um die Webseite dann optimieren und auf das ausrichten. Darfst du ein bisschen einhaken? Du hast ja auch noch ein bisschen das Problem, dass du gar nicht recht weißt, ist jetzt das Modul das erste, wo du verkaufst oder willst du das Bodyleasing machen oder was ist jetzt wirklich der Einstieg und darum, glaube ich, musst du das zuerst über einen aktiven Verkauf herausfinden, dass nachher die Webseite auch in die Richtung kann. Du kannst natürlich auch den anderen Weg wählen. Du kannst jetzt einfach mal sagen, du optimierst deine Website und du nimmst ein bisschen Geld in die Hand, 500 Franken zum Beispiel und sagst, das heisst, dass du halt an deiner Website effektiv musst schaffen und dann halt gut musst du überzeugen und dann musst du halt weniger direkte Sales machen. Es gibt da beide Methoden und die funktionieren unterschiedlich gut. Es ist immer wieder abhängig von der Zielgruppe. Ja, das stimmt. Das bringt mich zu meiner Frage, die ich noch gerade hatte. Chris, du bist ja ein Zahlenmensch. Du sagst immer Zahlentriebnis. Marketing ist richtiges Marketing. Damit ich jetzt mal in die Hand nehme und Conversion messe. Ich meine, ich glaube, bei so einer Conversion-Optimierung machen wir ja häufig dann auch irgendwie A-B-Tests und schau mal, was funktioniert besser oder wo, was kann ich anpassen oder wie gehe ich da nach vor? Ich meine, wenn ich jetzt 500 Franken investiere und ich habe keinen Sale, was mache ich dann? Also erstens, du wirst wahrscheinlich keinen Sale haben, weil du 500 Franken investierst und einen A-B-Test mit den Ads und einen A-B-Test auf der Website machst, was einfach zu wenig Volumen gibt. Ja, also sagen wir es so, Ja, ich bin zahlengetriebene Mensch, wir werden aber nicht zu 100% die Customer Journey immer super nachvollziehen können. Mit DSGVO-Anpassungen, mit dem Neuen Europäischen Bundesgerichtshof, Einigungen etc. pp. Wir werden immer mehr Diskrepanzen haben in der Messung und auch mit Daten, wo wir uns aufrechnen, werden wir nie 100% an Schuhe sein. Das mal vorweg genommen. Also Datengetriebene, ja, aber dann versuchen, ich sage mal, Verbindungen zwischen Aktivitäten herzustellen. Und es wird so sein, dass wenn wir halt Push-Werbung machen nach draussen mit einem neuen Angebot, dass wir nicht immer gerade sofort eine Conversion werden. ein paar Turnschuhe, die ich kaufe für 50%. Das geht im Moment. Ich muss Vertrauen aufbauen. Dann ist halt Community oder Content-Marketing wieder wichtiger. Das heisst, ich muss dort investieren und Zeit investieren zum Vertrauen aufbauen. Zu deiner Frage, aber 500% und es passiert nichts. Also wenn du 500% einfach lässt, recht rennen und es passiert nichts, das ist schon mal das Problem. Du musst hergehen und sagen, okay, was kostet dich eigentlich den Klick und was willst du eigentlich erreichen? Ich sage mal, den Klick sollte eigentlich zwischen 1 und 5 Franken kosten. Das weiss ich in der Unternehmensberatung nicht, aber ich sage mal, wenn es 5 Franken kostet, hast du eigentlich genügend Traffic auf deiner Seite, wo du irgendwie etwas anfangen kannst. Also wenn es 5 Franken kostet und nicht einer kommt dort, dann muss irgendwo etwas grundlegend falsch sein. Entweder klicken sie nicht, das heisst, die Werbung ist nicht interessant, oder das, was sie dann auf der Seite haben, interessiert sie nicht. Entweder hast du da eine Schere zu der Werbung, also es passt nicht, also Bildtextschere kann man vielleicht irgendwie aus den Zeitungen, das ist quasi so ein Text oder Werbung, Websiteschere, die Leute holst du einfach nicht ab, sie haben etwas anderes erwartet oder das Angebot, das dann kommt, ist einfach wie jetzt durch. Und deswegen sehe ich auch so Leadmagnete mega spannend, dass man sagt, schau mal, ich verlinke auf eine Website mit einem Formular, wo ich dann irgendwas ausfüllen muss, wo ich dann ein Scan, was ich bekomme, was weiss ich was, und nachher hat Sandro dann entsprechend die Kontaktdaten und hat dann mit den Kontaktdaten bearbeitet, mit Biterartikeln, etc., pp, da können wir E-Mail-Marketing-Automation, Lead-Nurturing und, und, und. Und schon seht ihr, da sprengt man den Rahmen im Fall um ein Vielfaches, weil dann geht es richtig los mit Marketing. Und da ist einfach wirklich die Frage, was will man machen? Ich würde es einfach empfehlen, zweigleisig zu fahren, ein bisschen die Website anpassen, vielleicht ein bisschen Werbung investieren, schauen, wie die läuft und dann halt aber schauen, was läuft nicht und gleichzeitig aber in den Direktverkauf zu gehen, weil ganz häufig ist das Problem, dass wir gar nicht wissen, was wir kommunizieren sollen und wir aber am besten mal die Kunden fragen, was würdest du eigentlich sehen, wie würdest du das sehen, um eben das auch in der Werbung zu verwenden? Würde ich auch so machen. Cool. Freue mich. Perfekt. Hey, super. Chris, du hast jetzt da ganz viel erzählt. Merci viel, viel mal für deine Zeit. Für jetzt gleich alle Zuhörer, die dich noch nicht kennen, wenn jetzt einer sagt, der muss meine Webseite mal analysieren oder der hat eine Meinung von Marketing brauche ich, wie und wo kann man dich erreichen, mach dich mal noch ein bisschen Wert. Das ist ganz einfach, auf www.beyonder.ch B-E-Y-O-N-D-E-R .ch oder man sucht auf LinkedIn nach Chris Bayler wie Fantasien Bayler, aber wenn wir nichts mit denen zu tun haben, ihr müsst wissen, wie man das schreibt. Ihr findet einfach, wenn ihr mich sucht, findet ihr mich schon. Nehmt mir in Kontakt auf, ich mache gerne mal einen ersten Blick auf das. Oder ihr kommen zum Nico im Podcast und wir analysieren wieder zusammen eine Webseite. Perfekt. Wird natürlich alles verlinkt in den Shownotes und auf der Webseite www.mach-ding.ch Wir sind bedeutlich über eine Stunde, darum machen wir hier den Schnitt. Hey Sandro, Chris, merci sind ihr da gewesen. Ganz viel Erfolg im nächsten Monat und Sandro, wir sehen uns in gutem Monat. Ist gut, auch auf meiner Seite danke für mal Chris, für die Analyse. Hat mich mega gefreut und geholfen. Danke dir, auch danke dir, dass du immer so regelmässig und fleissig auf meine Videos kommentierst. Und ich hoffe, ich bin dir beim einen oder anderen Thema nicht zu fest vor den Kopf gestossen. Aber es soll dir helfen. Ich hoffe, dass es irgendetwas bei dir anregt und ich danke, dass ich das machen darf und der Teil von dieser Dreierrunde darf sein darf. Gerne. Perfekt. Merci vielmals. Tschüss zusammen. Ganz schönen Tag. Ciao.